In diesem Video möchte ich dir eine Meditation vorstellen, wie du dein Reichtum massiv erweiterst. Und zwar gibt es da eine ganz spezielle Quantenmeditation, die du anwenden kannst, damit du mehr Fülle in dein Leben ziehst. Das nennt sich Wealth Meditation, increase your income, also erweitere dein Einkommen, erhöhe dein Einkommen. Die erste Phase dieser Meditation ist, dass ich dich in eine tiefe Entspannung hineinführe und diese Entspannung führt bei dir im Gehirn dazu, dass dein Gehirn offener wird für Quantensuggestionen oder Quantenmeditationen. Und das ist eine Quantenmeditation, die ich dir jetzt hier gleich vorstellen werde, die sehr, sehr intensiv funktioniert und wirkt. Du stellst dir dein Einkommensgefäß vor, dein Einkommen, und dieses Einkommen verkleinert sich um die Hälfte. Du verdienst plötzlich die Hälfte und dann siehst du, wie sich dein Leben verändert. Wie du vielleicht umziehen musst, wie du plötzlich weniger zum Essen hast und so weiter. Und dann kommt eine Emotion, was macht das mit dir? Wie fühlt sich das an? Also es ist ganz wichtig, dass du das Reduzieren erlebst. Denn im Reduzieren, im Klarkommen mit weniger, kommst du auch klar mit mehr. Und deswegen ist es wichtig vor, das weniger zu fühlen und zu erleben und Dankbarkeit dafür zu empfinden und das wertzuschätzen. Und dann geht es darum, dass du dein Einkommensgefäß verdoppelst. Und wie sich dein Leben dann verändert. Du spielst das Ganze danach. Und dann verdreifachst du das Ganze, dann verfünffachst du es, verzehnfachst du es und verfünftzigfachst du es. Und somit erlebst du verschiedene Varianten von Reduktion deines Einkommens zu Maximierung deines Einkommens. Und diese Meditation, Wealth Meditation, kannst du super koppeln mit der anderen. Meditation nennt sich Abundance. Wenn du diese zwei miteinander koppelst oder hintereinander hörst, dann wirst du merken, wie diese Synergieeffekte da sind und du einen tollen Effekt hast von einer und zur anderen. Und dann geht es vor allem darum, dass du deine Mitte findest. Dass du daraus findest, okay, mit diesem Einkommensgefäß, mit dieser Größe, fühle ich mich wohl. Zu viel, da komme ich nicht klar damit. Zu wenig, das möchte ich auf keinen Fall haben. Und damit ziehst du sozusagen dieses Bewusstsein, diese Quantenvision von dir an, die du dort erlebt und gefühlt hast und ziehst sie in deine Zeitlinie. Du kannst diese Meditation kostenlos testen in unserer Brainwave3D App und auf der Webseite brainwave3d.com slash premium oder du ladest sie einfach im App Store herunter. In der Sinne viel Freude damit und bis zum nächsten Video.